Hallo, heute machen wir mal eine kleine Pause vom Lernen. Letzte Woche habe ich einen Ausflug in den Süden von Italien gemacht, in die Nähe von Salerno und ich wollte euch ein paar von meinen besten Fotos zeigen. Also zum Beispiel hier das Meer, total blau und den Strand auf der linken Seite, dann hier das gleiche noch mal ein bisschen größer und natürlich das Beste, das ist einfach der Ausblick. Und hier Palmen, das ist natürlich das, was jeder Deutsche sich im Urlaub wünscht und dann ging die Reise ein bisschen weiter über eine Landstraße, entlang an der Küste, über enge Straßen, in ein kleines Dorf am Meer. Dort war es noch ganz schön warm und man konnte an den Strand gehen, man konnte die Altstadt ein bisschen besichtigen und man konnte einfach die Aussicht genießen. Und dann war der ganze Ausflug leider schon fast wieder zu Ende. So, viel Spaß beim Angucken. Und beim nächsten Mal gibt es wieder Grammatik. Untertitelung. H Baby Giant Über photographs die Vielen Dank.